Ich habe alles an ihm gelebt. Er hat mich einfach umgehauen. Ich bringe uns wieder dahin, wo wir mal waren. Versprochen. Kennen Sie noch diese gutaussehende Lady hier? Sie sieht blendend aus. Es geht ihr auch gut. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich kann endlich schlafen. Ich habe wieder Energie. Wir hatten Sex. Wer dieses Medikament herstellt, wird damit reich werden. Notrufzentrale. Es wurde jemand ermordet. Was tun wir jetzt? Wo ist Ihr Anwalt? Sie hat keinen. Hat immer noch von Ihnen geredet. Hättest du sie anders behandelt, wenn sie ein Mann wäre? Das hat keine Rolle gespielt. Was ist hier los? Ich will Sie nicht mehr als Arzt haben. Es wird jemand dafür bestraft. Ich wusste nicht, dass es immer noch so ist. Er hat nicht nur Sie belogen, sondern auch mich. Wenn Sie nicht wären, wäre ich doch gar nicht hier drin. Ich will mein Leben zurück! Sie wissen, dass ich nicht verrückt bin. Das alles weiß jeder. Ähm, bist du wach? Vernichten Sie es, bevor es Sie vernichtet. Side-Effekt. Tödliche Nebenwirkungen. Ab 25. April im Kino.